Hier, da war gerade so ein Stück geig hinter sich ein, der guckt so und dann guckt und bleibt steht da jetzt hier oben und guckt, weil er hat Fotos gemacht. So, ja. Das ist jetzt, äh, das würde jetzt gar nicht hier sagen. Weil bei dem kommt ja auch nichts durch. Ja, ist bei den meisten egal. Wie sieht es aus wie frisch geschnitten? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, das Haar ist abmächern. Schaut doch klasse aus, ja? Ich zeig's dir noch ein bisschen. Den Umhang können wir ja nach dem Waschen wieder abmachen, oder? Wenn die Feuchtigkeit von innen kommt, brauchst du nicht so viel Wasser drauf spritzen, oder? Die Feuchtigkeit von außen geht nicht rein und die von drinnen geht nicht raus. Ja, was soll ich tun? Schön, ne? Du lässt dich aushalten, ne? Ja, du bist. 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 Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.